ich reg mich auf ja servus leute mich hat zum ersten mal ein urheberrechts claim auf youtube ereilt und zwar handelt es sich dabei um einen claim der studio 71 gmbh das ist eine hundertprozentige tochter der pro 7 sat 1 media gruppe denn ich hatte zu einem wissenschaftsvideo der wissenschaftssendung galileo ein kritisches video gemacht und darin auch sequenzen aus dieser reportage gebracht und das scheint sat 1 pro 7 oder irgendeinem mitarbeiter bei der studio 71 gmbh nicht gefallen zu haben und er hat das gesamte video geklämt ich hatte ursprünglich gedacht es wären nur 20 sekunden die habe ich automatisiert durch youtube herausschneiden lassen allerdings hat youtube dann aus einem 25 minuten ein drei minuten video gemacht ich zeige euch das gerade mal hier seht ihr zunächst erstmal den eigentlichen claim und ihr seht auch dass hier eine ursprüngliche zeit von 508 bis 538 geklämt wurde allerdings scheint das nicht alles zu sein wir sehen dann hier die ursprüngliche länge die lag also bei 25 minuten 21 sekunden und das system hat letzten endes daraus eine länge von drei minuten 54 sekunden gemacht das heißt also der claim von der studio 71 gmbh hat dazu geführt dass sie ein im wesentlichen aus eigenem content bestehendes video fast komplett gelöscht haben und ich möchte das so nicht auf mir sitzen lassen da ich ein alter querulant bin denn es handelte sich hier um eine kritische auseinandersetzung mit diesen inhalten von galileo und deshalb werden wir dieses video jetzt in neuer form wieder hochladen indem ich keinerlei ausschnitte aus der sendung hochlade die sowieso so schlecht war und ein dermaßen unterirdischer offenbarungseid in sachen journalismus war dass es auch gar nicht nötig ist dass hier in dem video zu zeigen sondern ich werde das jeweils so kommentieren dass es für euch trotzdem verständlich ist weil ich möchte nicht dass hier die studio 71 gmbh mit ihren bully methoden kritik an ihren bescheidenen beiträgen ja unterbinden kann also legen wir jetzt mal mit der version 2 des kritik videos an dem beitrag von galileo zum elektroauto los ja servus leute der sender pro 7 hat in seiner sendung galileo einen beitrag über elektroautos gebracht und dort ein szenario gesponnen was in meinen augen völlig unrealistisch und völlig aus der luft gegriffen ist ich hatte mich über diesen beitrag auch wieder mal geärgert dafür bin ich ja bekannt dass ich mich über solche beiträge gerne mal ärgere und hatte mir jetzt aber vorgenommen darüber nichts zu machen jetzt schreiben ich aber schon zuschauer an ich solle mir doch das video mal anschauen und deshalb sehe ich mich jetzt doch genötigt ein hoffentlich kurzes video darüber zu machen warum ich diesen beitrag von galileo für den bisher schlechtesten beitrag in sachen e-mobilität halte den ich bisher sehen musste um das aber gleich vorweg zu nehmen das was diesen beitrag so schlecht macht ist die rahmengeschichte die um die fakten gesponnen wird die auch in diesem beitrag vorkommen die in meinen augen auch durchaus realistisch sind aber durch das völlig unrealistische szenario was ich wahrscheinlich ein redakteur bei dem sender ja unter restalkohol einfluss ausgedacht hat das macht diesen beitrag so schlecht und führt dazu dass bei leuten die sich mit elektromobilität nicht auskennen ein absolut negativer eindruck zu diesem thema hängen bleibt das ist zumindest meine meinung dazu und jetzt legen wir auch direkt mal los und schauen uns mal das rahmens szenario ein bisschen an zunächst erst mal sehen wir eine ganz verzweifelte braut die in der kirche auf dem bräutigam wartet und stellt sich die frage wo sind die ganzen gäste warum ist die kirche so leer und warum ist das handy des bräutigams ausgeschaltet das wird auch noch sehr interessant warum das handy aus ist von ihm für die hochzeit denn ja den zusammenhang zwischen elektromobilität und handy das ist schon außerdem sitzen die eltern der braut irgendwo im nirgendwo fest das elektroauto schuld jetzt kommen wir zum knackpunkt der geschichte von galileo denn laut aussage in dem bericht wird ein szenario unterstellt wo in naher zukunft die bundesregierung ernst macht und alle verbrenner auf den straßen verbietet und nur noch elektroautos fahren dürfen so und das ist genau das problem dieses szenario gibt es nicht es gibt kein szenario kein politiker der der meinung ist man könnte von heute auf morgen von verbrenner mobilität hin zu immobilität umstellen das ist nicht möglich das will kein politiker das ist vollkommen unrealistisch und deshalb halte ich diesen beitrag für so katastrophal schlecht denn man könnte ja sich jedes szenario ausdenken um e mobilität schlecht dastehen zu lassen zum beispiel könnte man sich ja ausdenken in unserem szenario verursachen elektroautos so viel elektrosmog dass daran innerhalb kürzester zeit 50 prozent der bevölkerung sterben und jetzt schauen wir uns das thema immobilität mal an also ich hoffe ihr versteht wo jetzt genau mein kritikpunkt ist hier wird ein horrorszenario gesponnen was in keinster weise der realität entspricht und was auch so niemals wirklichkeit wird man nimmt also rahmenbedingungen die mit der realität nicht zu tun haben schauen wir mal weiter jetzt wird ein pseudonachrichten ausschnitt eingeblendet das ab mitternacht nur noch elektroautos fahren dürfen und die aufstimme sagt klingt doch ganz gut nein das klingt nicht gut das klingt völlig unrealistisch und und wird so niemals kommen weil es de facto nicht möglich ist das wäre so als würde ich versuchen ein kamel durch ein nadelöhr zu treiben das geht halt einfach nicht und deshalb fordert das auch niemand jetzt wird anhand einer stripper party ein möglicher blackout in den raum gestellt jetzt wird dann also der sachverhalt aufgebracht dass natürlich das stromnetz auch den zukünftigen anforderungen angepasst werden muss das ist aber was was den energieversorgern jeweils bekannt ist und es gibt auch energieversorger große energieversorger zum beispiel enbw die ganz klar sagen selbst eine million elektroautos jetzt sofort auf der straße wären für das stromnetz problemlos machbar und natürlich es muss im niederspannungsbereich sich was tun es müssen gleichstrom schnelllades sollen an den autobahnen an den schnellstraßen in großer zahl aufgestellt werden das sind alles themen die natürlich in der zukunft bearbeitet werden müssen aber eben nicht von jetzt auf gleich sondern dafür hat man ganz viel zeit weil dieser wandel in der mobilität auch einen entsprechend langen zeitraum in anspruch nehmen wird und jetzt kommt das perfide weil jetzt kommen tatsächlich aussagen und fakten die ich so für richtig halte jetzt wird ausgesagt dass 45 millionen elektroautos in deutschland voraussichtlich 105 terawattstunden an strom verbrauchen werden und deutschland rund 50 prozent dieser energiemenge als überschuss schon ins ausland exportiert das ist nach meinem kenntnisstand eine richtige aussage und natürlich hofft man auch dass der ausbau der erneuerbaren energien weitergeht und dass auch windkraft zum beispiel wieder stärker ausgebaut wird als das jetzt zum beispiel in 2009 10 war oder auch in 2018 wir wissen ja alle dass es da im moment probleme gibt was die genehmigung von neuen windkraftanlagen angeht das ist ja ein hoch emotionales thema aber ich persönlich habe schon die hoffnung dass man das auf längere sicht hinbekommt dass auch der ausbau der windkraft wieder deutlich zunimmt ein problem wird jetzt darin gesehen dass in den abendstunden alle deutschen ihr auto gleichzeitig laden wollen und das wiederum wird momentan auch erforscht wie ist das ladeverhalten es gab dort auch ein projekt wo ein großer energieversorger eine gesamte wohnsiedlung mit elektroautos ausgestattet hat und das ladeverhalten sich angeschaut hat und man hat festgestellt dass diese spitzen das heißt also dass elektroautos tatsächlich gleichzeitig in dieser wohnsiedlung angeschlossen werden dass die mit zunehmender erfahrung der elektroautofahrer abgenommen hat weil sie dann nicht mehr jeden tag das auto geladen haben weil sie es in der regel ja auch nicht müssen sie fahren das auto in so kurzer zeit ja gar nicht leer und das führte dann dazu dass zwar auch manche autos gleichzeitig am netz hingen aber es deutlich weniger waren als man das ursprünglich angenommen hat das heißt also dieses laden verteilt sich durchaus auf längere zeiträume und auf unterschiedliche tage und was hier jetzt gleich auch noch gesagt wird durch intelligente lösungen kann man dieses drohende problem weiter abschwächen und vielleicht sogar komplett lösen in dem szenario werden halt von heute auf morgen auch nur noch elektroautos betrieben und das ist ja wie gesagt völlig unrealistisch und jetzt wird gesagt dass deutschland das stromnetz für diese elektroautos ausbauen muss ja aber dafür hat man zeit man kann der entwicklung folgend das stromnetz auch anpassen das muss nicht von heute auf morgen passieren jetzt wird die vernetzung der ladestationen angesprochen und dass diese technik auch heute schon möglich ist genau denn es gibt heute schon lademöglichkeiten die diese technik anbieten und auch einen zugriff auf ladesäulen anbieten das gibt es alles diese technik ist vorhanden man muss sie nur einsetzen jetzt wird die frage nach dem anteil des ökostroms gestellt da kennen wir ja alle die antwort es sind rund 43 prozent erneuerbare energien im moment und der anteil wächst ja auch von jahr zu jahr was man natürlich auch begrüßen muss dennoch wird es auch weiterhin konventionelle kraftwerke geben ob das gaskraftwerke sind ob das kohlekraftwerke sind ob das kernenergie ist das wird nur langsam verdrängt und kann auch nicht von heute auf morgen abgestellt werden und dennoch ist ein elektroauto auch wenn es mit unserem heutigen strommix in deutschland geladen wird deutlich energieeffizienter und umweltfreundlicher als das ein verbrenner ist bzw überhaupt sein kann und deshalb überspringen wir das thema mal jetzt weil das ist ja nichts neues jetzt wird in dem szenario unterstellt dass arbeitsplätze verloren gehen wovon man ja auch ausgehen muss der bräutigam hat schon lohnkürzungen hinnehmen müssen kann sich deshalb nur ein verbrenner leisten und kein elektroauto und hat deshalb ab diesem zeitpunkt wo verbrenner nicht mehr fahren dürfen auch keinen fahrbaren untersatz mehr zur verfügung sondern ist dann auf die bahn angewiesen und das zu recht denn es wird in der gesamten branche zu veränderungen kommen das problem ist halt einfach nur man kann es nicht aufhalten man kann das auch nicht verhindern und es wird dafür auch zum ausgleich zumindest in geringeren teilen auch anders geartete arbeitsplätze geben das heißt man muss sich der entwicklung anpassen und man kann sie nicht aufhalten nur weil das arbeitsplätze kostet das ist genau das gleiche thema gewesen wie mit der automatisierung zum beispiel in der automobilindustrie das hat ganz viele arbeitsplätze am produktionsband gekostet und trotzdem kam diese entwicklung man konnte sie nicht aufhalten und auch die entwicklung e mobilität wird ja nicht durch deutschland gepusht sondern da sind große märkte wie china deutlich wichtiger und dort sind alle weichen auf e mobilität gestellt und wenn die deutsche wirtschaft und die deutsche automobilindustrie diesen weg nicht mitgeht obwohl er dann letzten endes auch arbeitsplätze kosten wird ja dann wird es irgendwann keine deutsche automobilindustrie mehr geben und galileo spinnt jetzt diesen gedankengang um damit zu begründen warum der bräutigam kein eigenes auto hat bzw kein e auto weil er sich das nicht leisten konnte und mit dem verbrenner da war ja nicht mehr fahren und deshalb gibt es jetzt das problem dass er mit dem zug fahren muss jetzt ist aber noch die frage zu klären warum denn die schwiegereltern zu spät zur hochzeit kommen oder gar nicht kommen kurze antwort die schwiegereltern sind mit dem elektroauto unterwegs aufgrund der tatsache dass nur noch elektroautos fahren dürfen ist die ladeinfrastruktur überlastet das heißt es bilden sich lange schlangen an den ladesäulen die schwiegereltern kommen zu so einer ladesäule aufgrund des zeitdrucks können sie nicht sich anstellen deshalb überlegen sie zur nächsten ladesäule weiter zu fahren die restreichweitenanzeige gibt aber diese strecke gar nicht mehr her schwiegervater sagt scharfer doch sie schaffen es dann doch nicht bleiben liegen können aber nicht abgeschleppt werden weil ein abschleppunternehmer zu überlastet ist in dieser zeit da die ja den ganzen tag über elektroautos abschleppen müssen denn die elektroautofahrer checken das ja nicht mit der restreichweitenanzeige also völlig lächerlich und unrealistisch natürlich muss auch das ladenetz ausgebaut und an den bedarf angepasst werden aber das wird passieren das passiert ja jetzt auch schon dass man da auch unter umständen hinterher hängt das will ich gar nicht bestreiten da muss viel getan werden aber es ist auch die zeit dafür da um die entsprechende ladeinfrastruktur auszubauen man muss es nur wollen tja weil der klaus ich glaube klaus hieß der schwiegervater nicht auf die anzeige des autos geachtet hat er wäre aber mit seinem verbrenner wenn er da nicht auf die restreichweitenanzeige achtet auch liegen geblieben und jetzt wird dann hier noch ein abschleppfahrer zitiert der ganz viel arbeit und stress jetzt hat weil er so viele elektroautos abschleppen muss weil sich die ganzen fahrer wegen der reichweite verschätzen also das ist dann der grund warum die schwiegereltern nicht rechtzeitig zur hochzeit erscheinen jetzt kommt noch eine aussage zur reichweite von elektroautos die in der tendenz auch stimmt allerdings wird dabei außer acht gelassen dass es auch jetzt schon elektroautos gibt die deutlich höhere reichweiten erreichen als jetzt hier in dem beitrag gesagt wird jetzt wird noch die frage aufgeworfen auf ob das elektroauto tatsächlich umweltfreundlicher ist da sind die aussagen in meinen augen tendenziell auf jeden fall richtig weil es wird darüber gesprochen dass die co2 emissionen aufgrund des co2 rucksacks des akkus also die produktion des akkus beim elektroauto höher ist das ist auch unbestritten es wird aber trotzdem auch zumindest in der tendenz dargestellt dass das elektroauto dennoch auch in sachen co2 jedem verbrenner überlegen ist also von daher möchte ich das da gar nicht kritisieren dann bei den stickoxiden da sagen sie ganz klar deutliche verbesserung für die luft in den innenstädten und dass dadurch auch die gesundheit in der bevölkerung ja verbessert wird also in meinen augen absolute zustimmung und dann geht es noch um das thema feinstaub dort wird gesagt gebe es keinen unterschied weil der feinstaub in der hauptsache vom reifenabrieb und von den bremsscheiben wohl kommt und vom straßenbelag tendenziell richtig wobei natürlich auch der abrieb von bremsscheiben beim elektroauto deutlich geringer ist denn ein elektroauto kann ja rekuperieren und das kann ein verbrenner nicht er hat natürlich auch eine motorbremskraft aber die rekuperation beim elektroauto ist in der regel deutlich höher jetzt kommen wir zum nächsten problem was wieder der bräutigammer hat weil ja die bundesregierung entschieden hat dass von heute auf morgen keine verbrenner mehr fahren dürfen sondern nur noch elektroautos sehr wahrscheinlich jetzt wird in dem szenario unterstellt dass es nur noch altes smartphones im markt gibt weil die teurer geworden sind weil die akkus aufgrund der hohen nachfrage für elektroautos teurer geworden sind und es auch zu einer knappheit bei der produktion von akkus gekommen ist deshalb hält das handy vom bräutigam nur noch ein zwei stunden nach einer ladung und deshalb steht er jetzt mit leerem handy am bahnhof und ist durch seine braut nicht erreichbar hier wird also jetzt ein szenario aufgebaut ein horrorszenario dass die rohstoffversorgung nicht mehr ausreicht aufgrund der hohen rohstoff nachfrage für die akkus der elektroautos um dann auch noch ausreichende akkus für handys und smartphones zu produzieren das heißt also wir alle haben dann smartphones die fünf sechs sieben jahre alt sind denn die bundesregierung hat sich ja entschieden relativ kurzfristig und absolut den einsatz von verbrennern zu unterbinden und zu verbieten und das ganze hat dann dazu geführt dass die ganzen rohstoffe für die elektroautos aufgewandt werden müssen und hier wird dann auch noch eine gewisse knappheit von den rohstoffen natürlich impliziert das ist tendenziell in meinen augen tatsächlich eine gewisse gefahr aber hier vertraue ich ganz stark auf die mächte des marktes denn wenn die nachfrage nach lithium und kobalt entsprechend hoch ist dann wird auch eine entsprechende menge an rohstoffen abgebaut werden und diese rohstoffe an sich sind nach meinem kenntnisstand auch in absolut ausreichender menge auf unserer erde vorhanden natürlich wird dadurch auch wieder umweltbelastung entstehen das steht ja außer frage aber diese umweltbelastung muss man natürlich wieder gewichten mit den umweltbelastungen aus der ölförderung ölindustrie ölverbrauch ölverbrennung öltransport und da denke ich mal haben wir beim lithium und beim kobalt das geringere übel zumindest nach meiner persönlichen auffassung das kann man natürlich auch anders sehen wobei ich davon ausgehe dass die einschätzung richtig ist das sehen wir jetzt hier auch noch mal und es wird auch eine aussage getroffen die auf öl absolut in genau der gleichen weise zutrifft nur mit dem unterschied dass das öl verbrannt wird für immer verloren ist während lithium und auch das kobalt aus den batterien wieder recycelt werden kann wir sind heute bei einer recyclequote die möglich ist und die natürlich auch diese industrie muss natürlich aufgebaut werden und die wird auch entstehen wenn entsprechende nachfrage für das recyceln von elektroauto akkus vorhanden ist auf jeden fall wird hier jetzt impliziert dass die rohstoffe endlich sind was natürlich stimmt und öl gibt es unbegrenzt scheinbar also mit anderen worten wir können die nächsten 500 jahre weiter öl in dieser menge verbrennen wie wir das bisher taten ich werde hier an der stelle auch noch mal so eine seite einblenden wo man sehen kann wie hoch denn der ölverbrauch bisher ist der menschheit das ist wahnsinn die verlinke ich auch unten in der video beschreibung also einfach weiter machen wie bisher das scheint dieser beitrag zu implizieren und jetzt kommt wieder das perfide denn man zeichnet ein horrorszenario und hinter dem horrorszenario ja bringt man dann plötzlich auch mögliche lösungen die ja auch im raum stehen und die an denen zur zeit entwickelt wird und die wenn es gut läuft auch relativ zeitnah schon zur verfügung stehen werden wir schauen auch da mal rein jetzt wird die batterienentwicklung noch mal thematisiert nämlich forschung im bereich magnesium schwefel grafen oder grafin und bezüglich möglicher batterien auf basis von bio abfällen das heißt aber nicht dass es nicht in zehn jahren eine vollständig andere akku technologie gibt als wir die heute zur verfügung haben denn durch die nachfrage wird natürlich auch die forschung gepusht und gefördert und es wird zu ganz neuen entwicklungen kommen toyota hat ja auch schon gesagt dass sie sehr bald mit einer feststoffbatterie am markt erscheinen werden und das heißt also dass auch dort sich unwahrscheinlich viel tut und diese entwicklung wurde in den letzten 100 jahren durch die öllobby durch die ölindustrie ausgebremst hätte das elektroauto von anfang an die zuneigung bekommen die es verdient hätte dann stünden wir jetzt in sachen akkutechnologie an einem ganz anderen punkt und jetzt kommen wir zu dem punkt warum die oma nicht bei der hochzeit auftaucht sondern nur ein bild von ihr steht und ja wir kommen sie uns an wir können uns da kurz fassen aufgrund der tatsache dass nur noch elektroautos in der stadt fahren dürfen in der auch die oma ihre wohnung hat ist der wert der immobilie gestiegen die großmutter verkauft diese wohnung mit dem dazugewonnen geld macht sie eine urlaubsreise sie hat die hochzeit der engelin vergessen und deshalb erscheint sie nicht auf der hochzeit wer denkt sich sowas aus wer denkt sich so eine hanebüchende geschichte aus jetzt kommen wir übrigens noch zu dem grund warum der bruder von der braut so traurig in der kirche sitzt also festhalten in dem szenario wird jetzt unterstellt dass aufgrund der einführung der elektroautos von heute auf morgen 35 milliarden euro jährlich im bundeshaushalt fehlen aufgrund des wegfalls der mineralölsteuer und das gleicht man aus indem man im bildungssystem spart und jetzt zukünftig dann immer mindestens 50 schüler in so einer klasse sein müssen und darunter leiden die noten des bruders von der braut und deshalb ist er so traurig weil er so ein schlechtes zeugnis hat also mit anderen wurden der einzige weg 35 millionen euro im haushalt der bundesrepublik deutschland auszugleichen ist es die klassengröße auf 50 schüler zu vergrößern und damit die qualität der schulausbildung so weit zu reduzieren dass der bruder der braut so schlechte noten hat dass er traurig in der kirche weinen sitzt wegen elektroautos und jetzt wird das ganze aber gleich wieder relativiert also erst ein horrorszenario aufbauen was im kopf hängen bleibt und dann droppen wir mal noch so ein bisschen realität mit in den beitrag im beitrag wird jetzt in aussicht gestellt dass der staat eventuell diese steuerausfälle durch andere steuern wieder ersetzen könnte oder in anderen haushaltsbereichen wie zum beispiel dem rüstungsbereich einfach was einspart ich meine ich will jetzt sagen dass das einfach ist und man immer muss natürlich immer unterschiedliche interessen abwägen das ist mir auch klar aber 35 milliarden euro woher auch immer diese zahl kommt kann man sicherlich im haushalt der bundesrepublik deutschland irgendwo finden also davon bin ich fest überzeugt und auch wenn man die aktuelle situation sieht wo ja im moment sogar schulden abgebaut werden ich denke mal das sollte grundsätzlich möglich sein ja das war er jetzt also der beitrag von galileo zum thema elektroauto und das was mich so aufgeregt hat während des schauens dieses beitrags ich muss zugeben ich habe mich wieder ja ein bisschen hinreisen lassen und bin etwas emotional geworden aber das was mich wirklich total aufregt ist die tatsache dass man hier ein szenario an die wand wirft was nicht nur den hauch von realitäts nähe hat man kann natürlich jedes szenario sich ausdenken um dann eine technologie schlecht zu machen und zu sagen das funktioniert alles nett und das perfide an diesem beitrag ist halt dass man dieses horrorszenario immer wieder mit korrekten aussagen und relativierungen spickt aber bei dem zuschauer der sich mit dem thema elektromobilität nicht auseinandersetzt oder der sowieso elektroautos gegenüber negativ eingestellt ist wird natürlich der eindruck vermittelt wenn wir uns die elektroautos entscheiden und für die e-mobilität dann wird in deutschland alles zusammenbrechen weil sie die leute emotionalisiert wie man das auch an mir erkennen konnte und wer dann nicht die kurve bekommt und nicht das ganze sachlich betrachtet und die einzelnen blöcke dieser reportage auseinander dividiert und dann zum ergebnis kommt ach das ist ja alles mit dem zeitablauf problemlos lösbar und machbar man muss es nur wollen man muss sich nur dafür entscheiden der wird sagen bleibt mir mit den blöden elektroautos weg und mit der blöden e-mobilität ich will weiter tanken fahren ich will weiter rohstoffe verbrennen für meine fortbewegung und das kann wirklich nicht ja das ziel sein und das sein was man sich auch wünscht und auch das sein was man als journalist nach vorne pusht hier geht es wieder nur darum irgendwie views oder klicks oder zuschauerzahlen zu generieren und zu bekommen aber es geht nicht darum sich sachlich mit dem thema e-mobilität auseinander zu setzen ja ihr habt gesehen ich habe mich mal wieder ein bisschen aufgeregt das tut mir im nachhinein auch wieder leid aber ich das ist wirklich ja so ein schlechter beitrag dass das ist ich kann nicht anders als mich aufzuregen aber ich werde jetzt erst mal in die küche gehen wird mit baldrian tee machen und versuchen mich wieder zu beruhigen das soll es für das heutige video gewesen sein wenn ihr fragen habt anregungen oder kritik dann könnt ihr die wie immer unten in die kommentare schreiben wenn es euch gefallen hat lasst ein like da und auf jeden fall ein abo dalassen weil normalerweise bin ich halbwegs sachlich in meinen videos